Ja, wir sind hier in Las Vegas und heute werde ich euch mitnehmen in den Schulbus namens Julie. Das ist ein von ProTerra betriebener Bus, der hier auf elektrischer Basis fährt. Ich werde euch gleich vorstellen, Leslie, das ist die Produktmanagerin hierzu und sie wird uns gleich auf Englisch ein paar Fragen beantworten. Ich bin da selber ganz gespannt, weil ich bin selber noch nie in einem Schulbus elektrischer Natur gefahren. Und wir sind bereit zu gehen. Wir haben vollen Geschwindel für unsere Fahrer. Wir haben eine Top-Speed von 65 mph, das ist mehr als zufrieden von einem Schulbus perspective, weil es meistens Schulbusen sind zwischen 45 und 65 mph. Aber Leslie, tell me ein bisschen über die Schulbus in sich als ein Elektrik Vehikel. Absolutely. Das macht Sinn? Es gibt, weil die Schulbusen haben eine Duty-Cycle, wo es viele Stop-N-Grohen gibt. Wir werden immer wiederholen, um die Schulbus-Cycle zu gehen. Und du gehen über 10 oder so mAh zwischen den Stops und so, und so du hast diese Abilität, die zu regenerieren, als du fahren, weil du nicht auf die Straße oder auf die Hände gehst. Der andere Teil des Schulbus-Cycle ist, dass du dich in die Frühstück-Cycle bist, also du hast ein paar Stunden, ein paar Stunden, ein paar Stunden, Das kann zwischen 40 und 50 kmh sein. Und dann hast du den vollen Mittelpunkt des Tages, wo du nichts tun hast. Und dann hast du den Zyklen an der Nacht. So, der Rang ist ziemlich klein. Die Routen sind prädiktive. Sie sind gewählte Routen, die wir für die verschiedenen Beispiele haben. Und so, es macht für eine wirklich gute Zyklen und eine wirklich gute Use-Case, wegen dieser Zeit. Jetzt, dass wir quasi unsere Runde hier auf dem Kurs sind. Ja. Just tell me a little bit about you. What made you choose electric buses in your career? Yes. So, I actually enjoy being in the school bus business overall, because two things. One, school children are not able to get themselves to school. And so, it becomes a social good for me. It's also a very good way to impact future generations. And as an engineer, that's just something, a good way to use your skills. So, I enjoy it. I worked in the automotive industry for a while, but I really enjoy this one, because you get to make a social good, you get to make a generational good, and you get to help kids, because this is a part of, school buses are a part of the educational system. Lizzie, thank you very much for your time, and for that ride. It was sensational. Thank you for having me. I appreciate it. Great. Thank you.